Herzlich Willkommen liebe Freunde zu einem neuen Video und heute gibt es 10 Arten wie man einen Geschwindigkeitsrekord aufstimmen kann. Los geht's! Mit dem Fahrrad fahren. Mit dem Longboard. Mit einer Kist fahren die auf einem Longboard steht. Auf einem Stuhl fahren der auf einem Longboard steht. Mit einem Kettker fahren. Mit einer Schubkarre fahren. Mit einem Transportwagen fahren. Mit einem Transportwagen fahren. Mit einer Schubkarre fahren. Mit einer Schubkarre fahren. Huckepack. Auf einem Rasenmäher. Mit einer Rüttelplatte. Und auch nicht. Tschüss. Das war ein kleines Video zwischendurch, wenn es mal langweilig war und sich spontan die Gelegenheit geboten hat. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. – Sam